Laut BBC und anderen Medien verlautete ein Sprecher des Mittleren Volksgerichts von Chengdu, dass Wang Lichun am 18. September vor Gericht stehen wird. Wang wird in mehreren Punkten angeklagt, darunter Verrat, Korruption und Machtmissbrauch. Ebenso soll er den Mord an dem britischen Geschäftsmann Neil Haywood gedeckt haben. Kurz zuvor wurde Gu Kailai, die Frau von Spitzenpolitiker Bo Xilai, wegen des Mordes an Haywood zu einer Todesstrafe mit einer zweijährigen Bewährung verurteilt. In Wangs Fall sprechen Staatsmedien von einer, Zitat, klaren und reichlichen Beweislage. Wang Lichun floh am 6. Februar zum US-Konsulat in Chengdu. Seine Flucht hatte politische Konsequenzen in den höchsten Rängen. Bis dato gab es keine offiziellen Meldungen über ihn.